Hallo, mein Name ist Florian und ich arbeite im Werk Lahr, dem Kompetenzzender für Brausen und Duschsysteme. Die Nachhaltigkeit in unserem Werk spielt seit vielen Jahren eine sehr große Rolle. Im Folgenden möchte ich Ihnen gerne eines dieser Projekte näher vorstellen, in dem wir es geschafft haben, die prozessbedingten Kunststoffreste aus dem Spritzgussprozess komplett zu eliminieren. Seit ca. 2008 werden die sogenannten Taumelscheiben in unserer Kunststoffspritzerei gefertigt. Diese Taumelscheiben sind in unseren Brausen für den Massagestrahl verantwortlich. In dem dafür hergestellten Werkzeug hat man sich für die damals übliche Anspritztechnik des Kaltkanals entschieden. Bei dieser Technologie wird die Kunststoffmasse im Anspritzkanal abgekühlt und ausgehärtet und somit muss diese mit entformt werden. Nachteil dieser Technik sind die entstehenden Kunststoffreste, die nach dem Prozess entsorgt werden müssen. Wir haben uns diesen Prozess in unserem internen Werkzeug- und Formenbau noch einmal genauer angesehen und konnten durch Füllsimulationen eine geeignetere Anspritzung mittels Heißkanal definieren. Beim Heißkanal wird die Kunststoffmasse bis zum Artikel auf Temperatur gehalten, sodass keine Kunststoffreste entstehen. Reng nach dem Motto vermeiden vor verwerten konnten wir durch diesen Prozess bei der Herstellung der Taumelscheibe den Kunststoffrest komplett eliminieren. Als Ergebnis dieser Maßnahme können wir bis zu sechs Tonnen Kunststoffabfall im Jahr einsparen. Das gesamte Team La ist stolz darauf, hiermit einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Produktion von Kunststoffteilen bei Grohe beitragen zu können.